Neuer Patch ist da und somit neue Monster und somit auch neue Scheinkämpfe. Wir werden uns heute als allererstes um die Scheinkämpfe kümmern. Ich werde natürlich wieder nur die Versuche reinschneiden, die auch funktioniert haben, damit ihr euch gegebenenfalls es direkt abschauen könnt. In den meisten Fällen, also ich habe jetzt auch schon in den letzten Scheinkämpfen-Video gesehen, dass es mehrere Wege gibt. Ja gut, aber wenn mein Weg so funktioniert, funktioniert es halt auch so. Also, das ist kein... Warte mal, was macht nochmal diese Schattenklaue auf First Skill? Macht ihr Attack-Debuff? Oder kann der auch Stun? Ne, Stun konnte der nicht. Ich glaube, Attack-Debuff, oder? Angriffskraft, genau, Angriffskraft verringern. Vielleicht auf Tag, aber das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich wüsste nicht, warum. Wir provoken ihn, sonst kriege ich ihn nicht gekillt, warum auch immer, das verstehe ich nicht. Wie gesagt, die Genesung kommt ja noch nicht durch. Wir killen ihn. Kriegen wir hier einen Attack-Debuff drauf? Ne. Kann man Stun? Deathbreak. Ja, ich muss ihn jetzt cleansen. Also generell cleansen. Machen wir First Skill auf Tag. Oh, okay, das war gut. Kriegen wir Great wieder? Ne, ne? Ne. Jetzt kommt der Provo. Der, der Stun nur, der macht keinen, oder? Aber Deathbreak, Stun. Kill? Nice. Stun? Fuck. Okay. Deathbreak? Stun. Jetzt muss ich killen. Ich muss mit ihm jetzt killen, sonst ist RIP. Aber ich glaube, das ist es. Ich glaube, das... Was habe ich jetzt anders gemacht? Was habe ich jetzt anders gemacht? Okay. Drei Sterne. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Was habe ich anders gemacht? Ich habe den... Der... Der Tag... Der Tag, den Deathbreak mit Marv. Das war entscheidend. Dadurch, dass er dann durch die Provo ihn sowieso gekillt hat. Mehr oder... Ah, okay, okay, okay. In zehn Zügen. Okay, ich dachte elf. Okay, in zehn Zügen. Also, ich denke, das ist hier schon ganz gut. Weil die kriege ich ganz gut weg gleich. Ich glaube, das ist schon ganz fein. Ja, das ist ja mehr oder weniger in Ordnung. Jetzt gehen wir eine Runde runter. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, dass der Karkano... Den kriegen wir jetzt weg genuket. Das ist ja schon mal ganz cool. Zack, zack. Bam. So. Was ich nicht gut finde, ist, dass der Karkano jetzt kein Deathbreak landet. Das ist, glaube ich, nicht gewollt. Oh, der Schaden war aber nicht schlecht. Okay, machen wir mal... Oh, what? Okay. In zehn Zügen. Das ist aber... Ja, ich... Ja, nee. Da, ich muss ihn jetzt killen. Reicht das zum Killen? Ja, easy. Ich sag ja, dass... Dass die Five Stars sind meistens irgendwie immer ein bisschen leichter. Okay, cool. Das war... Waren die Scheinkämpfe. Gut. Heute werden... Na, egal. Das sag ich jetzt nicht, aber das seht ihr sowieso. Also, gut. Das waren die Scheinkämpfe. Wir haben alle absolviert hier unten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, es sind ja nur die reingeschnitten worden, die auch funktioniert haben. Deswegen ist das Video auch sehr kurz. Aber ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, helfen. Ich bin nämlich für's Zuschauer, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Kommt rein. Tschüss.